Willkommen zurück bei Never Alone. Wir machen weiter im Text. Oha. Unsere Landung sieht anders aus. Ja, wir brechen uns hier alle Knochen. Schauen wir mal, ob hier noch was drin ist. Ah, da oben ist er. Mal schauen, was passiert. Mal schauen, was Sie mir geht,ir noch waschenken. Ich kann es jetzt aufbauen. Ich kann die Seite sehen. Ich kann es nicht aufbauen. Man sieht nach wie es geht. Ich kann es nicht aufbauen. Ich kann es nicht aufbauen. Ich kann es aufbauen. So, jetzt haben wir den Geist befreit, aber was bringt uns das Ganze hin? Ach ja, so der Ast fällt ja keiner nicht runter. Ich hätte jetzt gerade echt bedenken, dass der Geist weg ist und sie runterfällt, aber der Geist ist ja der Ast. Der Geist kann also jetzt laufen. Interessant. Okay, ich hätte an den oberen Ast gehen sollen, merke ich gerade. Oh, jetzt sind wir trotzdem hier drüben. Oh, jetzt sind wir hier drüben. Ist hier vielleicht noch ein Geist? Nicht. Ah, das ganze Ding da vorne ist so. Eine Geistergestalt. Und wieder ein Baum. Baum ist hin, so wie ich das sehe. Und da hätten wir wieder mit dem Wind arbeiten müssen. Der Wind, der Wind. Das himmlische Kind. Jetzt bricht der Baum kurz ein. Zoliit. zoliit. suddenly... Okay. Hier hoch, hier rauf, und da ist wieder ein Geist. Ah, ich muss dann hochziehen, damit sie wieder durchkommt. Mädel, Mädel, ich war doch gerade dabei rüber zu springen. Also ich finde die Speicherpunkte sind stellenweise dämlich gesetzt. Wind. Die Bäume sehen aber auch echt böse aus. Nein, schaffe ich so nicht, okay. Viele schlagen wahrscheinlich jetzt gerade die Hand vom Kopf, so nach dem Motto hast du es immer noch nicht gelernt. Nein, habe ich nicht. Oh. 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 Endlich! Schnell mit dem Fuchs hinterher. Nein! Das schaffen wir nicht mehr! Das schaffen wir nicht mehr! Verdammt! Ich hätte von dem hohen Ast einfach nicht wegfliegen sollen. Mokkawuk. Sag wenn ich wieder, ich fang von da vorne. Okay. Ich muss mit dem Fuchs auf jeden Fall vor. Da hinten sind ja diese Äste. Jetzt sind wir wieder auf Nummer sicher. Hier runter. Oh kacke. Wenn das mal keine Gehnerschütterung kriecht. Haben wir es geschafft? Oh. Oh. Fast. Den Geist hier runter holen. Und weiter geht's. Feuer. Da. Oh, kriege ich das auch kaputt. Okay. Dafür ist das auch gut. Und da ist er wieder. Und ab geht's wieder. Weg hier. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Oh. 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 Oh, ich dacht schon. Oh nein, das war dumm, das war dumm. Oh, da hätte ich mit dem richtig ausweichen müssen. Okay, okay, nochmal ganz ruhig. Jetzt müssen wir jetzt erst den Einbomb anrechnen. Mann, der Baum bewegt sich einfach nicht schnell genug. Also erst nach ganz rechts, dann nach ganz links. Okay, versuchen wir unser Glück. Also, den Baum ganz nach drüben. Mann, dieser blöde Wechsel. Geht einfach nicht so schnell, wie ich ihn gern hätte. Okay, wenn ich X gedrückt halte. Wir haben es geschafft. Dann geht er unter, der böse Mann. Ja, sehr gut, jetzt habe ich ihn wieder umgebracht. Menschentöter. Er ging darauf zu und sah, dass der Schneersturm aus irgendeinem Grund von einer kleinen Aue in der Tundra auszugehen schien. Und das sehen wir dann in der nächsten Folge von Never. Und das sehen wir dann in der Tundra auszugehen. Und das sehen wir dann in der Tundra auszugehen.